Hallihallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Do I May Cry So, letztes Mal haben wir die Mission 2 geschafft und wie gesagt, da hatte ich ja ein paar Probleme gehabt mit dem Rucklan und so weiter, ich habe jetzt herausgefunden, das lag wirklich an meinem Upload, das ich gerade nebenbei Lufen hatte und habe gerade ein paar Tests gemacht, also da lief alles flüssig und deswegen, würde ich mal sagen, machen wir hier nämlich weiter Stinger 2 Reel card Jump slow Longer fall time Ähm Yes Abilities Das haben wir jetzt hier noch schönes Okay Pay off Cool Kicker Time Kick Ähm, ich weiß es mal, würde ich jetzt mal Zeit 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 So Starten Mischen Ehh Oh, kratzt ein bisschen mehr So Mal gucken So Ab hier ist jetzt ja ganz zuletzt Play Blind Also habe ich noch nichts gespielt und nichts gesehen Do you remember this place? Yeah, I remember coming here My mother used to bring us here Tell me everything Some things have always been There have always been angels There have always been demons And they've always been at war Nine millennia ago One demon rose through the ranks To take power over the dark wards The strongest The cruelest Mundus But Mundus did not rise alone At his right hand was his most trusted lieutenant His blood brother Sparta But Sparta betrayed him He fell in love with an angel Eva The secret union between angel and demon was Inconceivable But it happened And with it came new life Twin boys You and I A hybrid of the warring angel and demon races When Mundus learned of Sparta's betrayal His fury knew no limit He hunted the lovers down Evil was murdered by his own hand And for Sparta He demanded a more brutal fate Endless punishment and pain But even as evil was destroyed And Sparta was imprisoned for eternity Each knew that the seed for their revenge Had already been sown Because according to legend The only beings that can slay a demon king Are Nephilim A hybrid of angel and demon Those hybrids now exist You and I Geile Zeichnungen Ich dachte immer Eva waren menschliche Mundus believed that only one child was born But there were two Nephilim And each had been hidden well Sparta armed his sons The rebellion for Dante The Yamato for Virgil So Mundus killed our mom And imprisoned our dad Yes And we're the offspring of angels and demons Demon father, angel mother We are Nephilim The only ones that can slay the demon king Good How? Spotter Vault ач Isk Of course Me again Mein Das war's. Ich habe den Ballen nicht nur noch einen Ballen, aber ich habe ihn nicht nur noch einen Ballen. Weiß ich doch schon Mann, bleib doch mal oben Zeig doch mal oben Zeig doch mal oben Zeig doch mal oben Ne Noch mehr Wow Ravager Aber natürlich hat er eine fucking Kettensäge Die müssen wir glatt machen Ha Noch mehr Ah, nee, jetzt soll ich nicht weiter Ne, noch nicht Ich werde es mal hier noch alles abkrasen Oh, danke Oh, da kommt noch irgendwas Ah Ja, da oben sind wir jetzt Da komm ich noch nicht ran Ist da irgendwas? Da oben, du? Ja, ich hör dich, ja Das ist noch nicht schön Hier ist das Schlüssel, sehr schön So, Schlüssel haben wir schon mal So Mal irgendwas? Nö Kriss dann das Maximum Health Ne, aber hallo Dankeschön Ja, ich hör dich, stimmt Ist da mal hier noch schön jetzt? So Wow Äh, ja Ja, Mann Da oben ist er Nur kurz gucken, oh da oben ist irgendwas Oh, das ist klasse Juhu Das wird echt Spaß Oh Wow Das hab ich gar nicht gesehen, dass sie gehört sind Juhu Ents Ja, natürlich, der wird nicht hochgespüßen müssen. Nein, du hast es halt aus dem Haul. So, oi. Ach, Mann. Ich bin schon hoch eigentlich. Ob ich das von hier aufschreibe. Mann. Ich muss doch um mich gehen. Mann. Komm schon. Wie kann ich denn an den ran? Ach, wie ist das? Vielleicht komm ich noch jetzt noch ran. Ach ja, ich vergesse es immer. Ja, ich vergesse es immer noch. So, raus mit dir. Ach, du Scheiße. Hier, dieses Zwischenbild. Let's give you a chance to show you. 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 Boah. Boah. Jetzt ist mir jetzt wieder so ein Teil frei, oder was? Was ist denn das für ein Viech, ey? Äh, Angel Boost. Stunns, Propyl, Simpsons, Forwards, Royal Pawn. Oh, cool. Ah, jetzt kommen wir vielleicht zu den Typen hin. Wenn wir mal zurückkommen. Hoffe ich zumindest. Ist ja cool. Geil. Fetten. Das war nicht alles gekriegt. Wo ist das Apex? So, jump for more distance. Ah, cool. Wir haben uns vergessen. Keep holding to extend your boots. Ich kann fliegen. Ja. So. Da-dum-da-dum. Ist hier noch irgendwas. Will nichts vergessen. Angel Lift and Boost can be shamed together. Ach du Scheiße. Ach, das war schon mal Fail. Ach, geht doch. Meine Jedefrisse, ey. So viele Kombis, ey. Wer soll sich denn die alle merken? Ach so. Jetzt halt. Oh, ja. Ja, wie er es mal nicht macht. Soll ich verarschen? Was macht denn er? Jetzt. Ja, danke. Jetzt reicht's aber langsam. Er macht's nicht. Ey, das ist doch... Oh, ey. Um Gottes Willen, ey. Ma. Ma. Ach du Scheiße. Oh, Mann, ey. Wer soll denn das alles hinkriegen, ey? So. Ist die vorletzte? Ist die letzte Kette eigentlich, oder? Ah, gut. So, und nun? Ich. Super Wort. Ich bin ein Hybrid. Geile Musik. Oh, was ist das? Oh, die können vom Weiten schießen, war. Ja, danke Oh, schön ausgewichen Ja, ich würde noch mehr nehmen Oh, meine Fresse So, jetzt müssen wir versuchen durchzukommen Nein, das war falsch Geht doch Ach, ich glaube, da komme ich eh nie hin, oder? Komm ich da hin? Oh, nee Ich lasse es lieber So, jetzt kann ich dieses Schuss-Angel-Boost Sehr schön Oh, oh Achso, steht schon drauf Boah, ey Geschafft? Silversack's Tower The world's most powerful investment bank And who runs it? CEO Kyle Ryder A human vessel The physical manifestation of Mundus The Demon King Through debt He controls everything To Mundus, the world is a factory farm for human souls And he likes to keep his animals monitored and docile The monitoring is done by the Raptor News Corporation A global network of CCTV cameras Satellites and spies The way he keeps us docile is a little more insidious What is it? It's in your hand Planet Earth's most popular soft drink, virility The Demons have spiked it It's okay It has no effect on us Only humans It's lobotomy in a can So, what's the plan? That's the Hellgate A conduit from which Mundus draws his power While he's connected to the Hellgate, he's immortal But we get him away from the Hellgate And our swords will do the rest So, how do we do that? We get his attention Mundus is petty He's impulsive If we hit him where it hurts Let his anger rule him I believe we can draw him out Okay, so To kill Mundus We need to drag him away from the Hellgate We do that by pissing him off Roughly speaking, yes And we piss him off by taking out the Raptor News Network And Varyllin That's it Which one do you want to do first? Geschafft Also Der Plan ist Ihn Für sich zu machen Ihn anzupissen Ja gut Dieses Ding hab ich gar nicht gefunden Wo war denn das? Bestimmt hinter dem scheiß Teil Ah, sehr schön Zwei Upgrades Gut Würde ich sagen Das zu diesem Part Wir sehen uns beim nächsten Ciao, Zen Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal Wir sehen uns beim nächsten Mal Vielen Dank.